Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde, ich sitze hier mal wieder nicht alleine vor meinem PC, sondern mit... Mit dem Handy! Ich wollte auch mal so motiviert sein wie du. Sandra und ich machen für das heutige Video etwas, was ich so noch nie auf meinem Kanal gemacht habe, denn wir sind heute zusammen auf der Plattform OMTV unterwegs. Kennt ihr noch damals Chat-Roulette? Wir machen jetzt einfach Skype mit fremden Menschen. Hey, los mit Molen. Das ist der Luca. Ganz kurze Nummer Worten. Was soll ich? Ich muss ihn mir überlegen. Ich verstehe dich nicht, Bruder. Was soll das an Preisen, an Preisen, an Preisen? Was soll das an Preisen werden? Ich verstehe kein Wort, Vigi. Ganz kurz mal warten. Bitte? Sind wir in einem YouTube-Video? Ja, wenn ihr möchtet, ja. Ja, bitte. Wann kann ich denn grüßen? Ja, die kommen aus Österreich. Die kommen aus der Schweiz. Deutschland, Bruder. Bayern? Ja. Hallo. Das ist alles. Was geht? Was geht bei euch? Ihr seid live in dem... Digga, sind die bei Montem Gaming-Keller oder was? Ihr seid im YouTube-Video dabei. Hi. Digga, du hast so unnormal nice Haare mit dem Blond vorne, Digga. Sag mal deine Haare, Sandra. Wollt ihr irgendwen grüßen oder so? Der vorhin aus Bayern hat seine Mutter gegrüßt. Okay, ich grüße auch meine Mutter. Tschüss, grünen grünen an eure Mütter. Kannst du die Farben von deinem LED im Hintergrund ändern? Oh. Oh, hi. Komplett grün jetzt, ey. Alter, ich bin da einfach. So sieht Sandra aus, wenn die kein Alkohol bekommen. Hallo. Hey, die machen YouTube und so. Ich kenn die. Zehn, ob das kein Fake ist. Nein. Mach mal ein Screenshot. Ich zeig dir das. Wollt ihr was sagen? Wollt ihr wen grüßen? Ich grüße meine Oma. Ehre, Alter. Ich bin so schwierig, sich mit euch hier zu unterhalten. Der Wahnsinn. Hallo. Was geht? Was geht? Das ist Luca. Das ist Luca und Sandra. Ey, als wenn uns jeder hier kennt auf dieser Plattform. Woher kommt ihr? Aus Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Boah, wo ist das denn nochmal, Alter? Im Norden? Seid ihr ein Paar? Ja. Oh, cute. Ich lieg auch mit manchen Männern so, mit denen bin ich nicht zusammen. Das ist jeder erkannt. Hallo. Wir haben Big Ben im Hintergrund stehen. Oh, weinst du? Oh, scheiße. Oh, nein, 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 nein. Ich weine, ich weine. Hey, wir haben halt nicht mal angekündigt, dass wir das machen gerade. Deswegen, so krank. Hi, was geht? Wie geht's euch? Internet ist gut auf jeden Fall. Möchtet ihr wen grüßen? Ja. Wen? Perfekt. Einfach weggedrückt. Wir werden hier ganz weit weggedrückt. Ja. Maschallah. Servus, Luca. Was geht? Wie geht's euch? Wie geht's dir? Kann ich ein Bild machen? Ja, klar. Nice. Korrekt. Korrekt. Viel Spaß euch noch. Okay, danke. Ciao. Das ist sowas von Fake. Ich kenne das. Das ist Fake. Das ist nicht Sandra und das ist nicht Luca. Doch, ich bin Sandra. Hallo. Schwör. Ja, was soll ich sagen? Könnt ihr mir vielleicht sagen, was das für eine Karte ist? Oh. Aua, auf einmal kommt ihr ein Zaubererwahrer. Ist das im Hintergrund die Maske von Haus des Geldes? Ja, und das Nothammer, den habe ich geschenkt bekommen. Und den hast du einfach an deine Wand genagelt. Ciao, hau rein, ja. Haut rein, ciao. So nette Menschen bis jetzt. Oh. Was geht? Oh mein Gott, nein. Hallo. 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 Wie geht's dir? Nee, das ist jetzt nicht. Sprachen lernen, Bubble. Ich denke, das ist Fake. Gibt's hier Leute, wie kann man das denn faken? Wie soll man das denn faken? Aber eure Cam ist ein bisschen schief, ja. Ja, damit wir auf einer Höhe sind. Guck mal, wenn die Cam gerade wäre. Dann wäre es. Ja, auch nicht gerade. Hallo. Warte, was? Seid ihr echt? Ja. Seid ihr echt? Nein, nee. Ich kann nicht mehr damit umgehen, wenn Leute so emotional plötzlich... Ich liebe eure Videos. Dankeschön. Oh, danke. Du bist heute auch im Video dabei. Ich grüße meine beste Freundin Christine. Das geht ab. Das geht. Boah, bist du real? Jeder denkt, wir sind fake. Ey, krass. Ich hätte nie mit ihm gedacht, dass ich dich hier treffe. Ich dachte, mein Beatbox-Fan ist so krass. Boah, Junge, Digga. Geh mal DSDS. DSDS hat mit Singen zu tun, nicht mit Beatboxen. Ja, mein ich ja. Ich grüße eigentlich niemanden, du. Ah. Okay. Meister. Meister, kann ich kurz meine Schwester holen? Ja, klar, mach. Boah, hier ist Stone Island im Hintergrund. Junge, Junge, Alter. Stone Island. Ah, wo? Hallo. Hallo. Hi. Luca! Ahaha, Luca! 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 Oh mein Gott! Was geht, Jungs? Was geht, Alter? Du hast Sandra mal geguckt, wenn sie eine Klausur bestanden hat. Du bist der beste YouTuber, Alter. Danke schön. Schwung, Alter. Geil doch. Digga, die ist genauso wie ich, Alter. Brauchst du gerade Pfeife? Ja. Natürlich. Draußen, Alter. Ich gehe auch noch gleich mal runter im Pool. Hallo. Boah, voll die schöne Stimme. Ja, hallo. Hallo! Oh, wie süß, ne? Hallo! Sandra, die haben Angst vor dir. Hallo! Wieder? Was geht? Hallo! Wie alt seid ihr? 14.13 Uhr Oh, so wie mein Bruder Nein Ich grüße die Luisa Heide Möchtest du auch noch wen grüßen daneben an? Ne, sie ist wahrscheinlich die Luisa Könntest du was noch Ich grüße Maria, Maria, wenn du das Video siehst Wen grüßt du? Die hat mich gerade gegrüßt Das war tot Moin Es hat gerade einer vor euch mir erzählt Dass ihr hier seid Direkt einer vor euch Und hat gesagt, wenn ich Glück habe, treffe ich euch Alter, krank Man rechnet gar nicht damit, dass die Leute online sind Und man trifft sie dann Aber ich muss kurz was loswerden, okay Das soll alle Leute da draußen motivieren Also mein Vater ist jetzt vor eineinhalb Jahren an Krebs verstorben Und das war halt, also für mich war das halt ganz, 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 ganz schlimm Ich hatte dann drei Monate später einen Stiefvater Und meine Mutter ist jetzt auch schwanger Die kriegt jetzt in zwei Monaten ihr Kind Ne, zwei Wochen, Entschuldigung Und das ist einfach alles richtig Also an alle Leute, denen sowas passiert ist Einfach richtig, richtig, richtig viel reden Richtig viel reden Psychologisch kann ich euch recht sagen Bringt absolut gar nichts Also hat mir zum, also beispielsweise nicht geholfen Aber wenn man, ähm, richtig, richtig, richtig viele Freunde hat Und mit jedem richtig, richtig viel drüber redet Dann wird's immer besser Und dann weint man auch nicht ganz oft Das muss ich einfach loswerden Bro, erstmal mein Beileid Und ganz viel Erfolg dir in der Zeit auf jeden Fall Ganz kurz, bevor wir uns weiter unterhalten Ähm, ist es für dich fein Wir nehmen hier gerade ein Video auf, dass das mit drin ist Oder, ähm, sollen wir es rausschneiden? Das ist voll in Ordnung Das ist voll in Ordnung Gut, euch noch einen schönen Tag, ja Danke, dir auch Danke, tschau, Digga Tschau Digga, das ist ein krankes Schlusswort auf jeden Fall Ja Das ist voll in Ordnung